Heute geht es um diesen kleinen Adapter und das Stativ, das dazu geht, für die GoPro. Und genau, da wollen wir mal schauen, was wir damit machen können. Die GoPro ist dran und es ist wirklich sehr stabil. Und ja, genau, man kann beispielsweise es auch ins Wasser halten. Ja, also funktioniert sehr gut die Halterung. Ich bin begeistert. Und man kann das auch drehen und wenn, wie man möchte. Also ich zeige dir jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen. Aber die sind echt gut geworden. Ich bin begeistert.